Die frühe industrielle Ölmühle von Galatone liegt im Inneren des Palazzo Binelli-Binadelli. Sie ist ein guter Mix aus Erfahrung und harter Arbeit. Vom architektonischen Gesichtspunkt ist die Mühle sehr gross und prächtig. Sie ist quadratisch und ca. 600 Quadratmeter gross. Sie ist in sechs Joche mit Sterngewölben geteilt. Die Räumlichkeiten wurden gänzlich in den ausörtlichen Kalkrinitfelsen im Volksmund auch einfach Duftstein gehauen. Die Mühle war sehr wichtig für die Gesellschaft, denn mindestens 100 Einwohner standen dort in Lohn und Brot. Dank 72 Gaslampen war das Pressen Tag und Nacht möglich. Das Gas wurde vor Ort aus Abfallstoffen des Müllvorgangs in einem Heizkessel, der in den Boden eingelassen war, erzeugt. Heute ist sie die einzige Mühle in der Provinz Lecce, die noch so gut ausgerüstet ist. Das heisst, in der noch beinahe alles Gewerken original zu sehen ist. Das Gas wurde vor Ort aus Abfallstoffen des Müllvorgangs in einem Heizkessel, der in den Boden eingelassen war, erzeugt. Das Gas wurde vor Ort aus Abfallstoffen des Müllvorgangs in einem Heizkessel, der in den Boden eingelassen war, erzeugt. Das Gas wurde vor Ort aus Abfallstoffen des Müllvorgangs in einem Heizkessel, der in den Boden eingelassen war, erzeugt. Das Gas wurde vor Ort aus Abfallstoffen des Müllvorgangs in einem Heizkessel, der in den Boden eingelassen war, erzeugt.